Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir sind hier in der Basis, denn wir haben zwar ein Unterstützungsgespräch, ich glaube es sind zwei. Müsste einmal hier Shira und Bernadetta sein und das andere ist Yuri und Sative. Guckt so aus, gut. Dann hören wir uns hier erst an und dann geht's in die Action. Was ist falsch? Ist da ein Rat in der Basis? Warte, ein Rat? Niemand hat mir gesagt, ein Rat! Oh nein, oh nein, oh nein! Es wird auf alle meine Züge! Hey, calm down. Ich habe nicht ein Real Rat gesagt, ich war über einen Spiegel oder so. Oh, genau. Insofern, es ist etwas wie so, aber anders und immer sehr, sehr, sehr schlecht. Also, es ist ein Rat. So, es ist ein Rat. Einatmen auch, aber anders? Slow down and tell me what you saw. Well, you see, there was this lady in the camp earlier who didn't look scary at all and even seemed kind of nice. Ah, bah? Uh-huh. Mm-hmm. Shyness and fear of strangers got you down, huh? Let's see if I have something that can help. Danke. Hm. Ich denke, ich habe nur die Herbe. Es wird dir ein wenig Geld geben. Aber dieser Baby wird wunderschöne für den Stress verhindern. Und dann... Ah, ich habe etwas ein bisschen mehr, sagen wir sagen... ...tastevolle. Real, unter-the-table kind of stuff. Okay. Das ist typisch Anna, ne? Auf eine gewisse Art und Weise schon, Anna. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber wir lieben dich trotzdem. Was? Was? Was ist das nur Anna? Sie ist immer hier, die ganze Zeit verkaufen. Ich meine, nicht alles ist die größte Sache, aber ich glaube, dass sie jemanden versucht hat. Und sie ist definitiv nicht ein Mörderer. Das ist alles meine Schuld. Ich muss mich entschuldigen mit ihr später. Huh? Sie ist nicht... Äh, äh. 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 Was machen wir... Was machen wir? Was machen wir? Wie geht das? Da ist dieses Merck, das ich in meiner Crew habe. Ein wirklich verrückter Schmerz. Ein wirklich verrückter Schmerz. Der süßes kleine Teddybär auf der inside. Wenn jemand dir das helfen wird, das ist er. Okay. Ich akzeptiere das Herausforder. Du hast das, Bernie. Oh, Mann. Als ob man vor Anna Angst haben müsste. Also wirklich, Bernie. Naja, das wundert mich bei dir. Ja. Ich habe wirklich gedacht, das war es für mich. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Schmerz hinter den Angriffen bin. Es war sicherlich ein uncharakteristischer Schmerz. Aber du hast sicher zurückgekommen, mit deinem Leben intact. Ich kann gar nicht glauben. Ein Teil von mir immer fragt, ob ich wirklich noch immer wieder alive bin. Ich habe meine Schmerz mit der Todes. Aber das war definitiv das zweitendste. Oh? Was war das erste? Eine Krankheit war durch meine Stadt, als ich sehr jung war. Wir hatten nicht mehr Zugang zu einem Doktor. Oder Geld, um einen Geld zu bezahlen. Ah. Die Pläge, die Fargus ravigert hat. In der Zeit, das ganze König war schrecklich für ihn. Oder so habe ich gehört. Das ganze König war schrecklich. Und sogar die König von Fargus selbst. Es ist unglaublich, dass du ohne Hilfe von einem Physiker survived bist. Und das ganze König war. Und das ganze König war. Wenn ich mich nicht mehr schrecklich hätte, dann wäre ich hier jetzt. Das alte Mann, das du sprachst, war er ein Doktor? Ja. Wir wissen es ganz genau. Und wo ist dieser älterliche Mann jetzt? Oh. Er hat vor lange Zeit verloren. Ich habe dir gesagt. Das war zurück, als ich ein Kind war. Ich verstehe. Dann ist es so, wie ich dachte. Jetzt kommt dann! Ahaha. Ich glaube, das ist ja wieder zu mir schmerzt. Ich glaube, das ist ja wieder vor allem. Oh, das war noch so. Das war denn natürlich. Vielleicht ist es vielleicht mitnehmen, es handeln, weil es eines zu sagen. Ich bin. Ich bin sicher, ob ich mit meinem Abschluss. Ich bin sicher. Du bist der Mann, ein Mensch sagte zu mir. Leid ich alle der vier Weisen? Just like the Tenelites, right? Regrettably, that elderly gentleman has left this world, so none can confirm nor deny that. However, what is certain is that he saved your life. You should treat it with care, whether on the battlefield or elsewhere. After all, we have but one life to live. Yeah, you're right. Thanks for the advice. I still have plenty of things I have to do before my time is up. You would do well to head back and get some rest. My apologies for keeping you. You always cursed the blood that flowed through you. But in the end, it saved that child's life. It brings me great relief to know that you found salvation in your last moments. Oban, my friend. Be at peace. Ja, ich mein, das wussten wir ja. Also halt so, wir wussten das, aber Yuri wusste das halt nicht. Und jetzt wird das wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber sad advice. So, was haben wir hier? Da haben wir Anna. Wir haben eine Nebenquest, eine verwunderliche Nacht und das Wiedersehen der Silberwölfe. Oh wow, das ist ja voll die Constance-Power hier. Machen wir zuerst mal die hier. Oder gibt's die Drossel-Siebe und die Novell-Flieger-Crops. Sehr gut. In Free Houses waren das ziemlich gute Bataillone. Ja, wir machen zuerst das hier. Die Bezahlung hier ist wesentlich lukrativer. Es ist immer das gleiche mit dir, Balthus. Wie kannst du so gut in meiner Presence sein? Nicht zu sagen, unser liebster Frail Happy hier. Stopp denken mit deinen Fists und benutze dein Gehirn. Wer bist du frail, Coco? Es war eine Figur von Sprache, liebster Happy. Nichts mehr. Wir haben seit einem Zeitpunkt gearbeitet, und ihr habt nicht geändert. Ihr denkt wirklich, ich würde dich hierher kommen, um ein Beating zu machen? Wir sind zu viel für das. Ich habe ein Favor zu fragen, ob ihr alle. Oh, und ihr auch, wenn das alles gut. Oh, natürlich. Das war fast zu spätig. Aber ich werde nicht dieses Gift-Horse schreien in den Mund schreien. Ich versuche dich auf die Details in diesem Fall. Unsere alte Freunde von uns, Rogues aus Abyss, sind in Probleme. Sie haben sich in eine Art Art, und jetzt die Bandit sind hinter ihnen. Während die Zirkels, in denen sie gehen, sind die einzige Leute, die zu helfen. Das bedeutet, dass es auf uns ist. Ich verstehe. Definitiv noch in. Du solltest besser wissen, als zu nehmen Yurie an der Wert. Kein Wunder, viel von ihm ist wahr. Aber ich bin sicher, dass es ein anderes Angle gibt. Einer der sich selbst benötigt. Ich mache mir selbst. Das ist alles. Ich denke, dass es die Leute aus Abyss brauchen. Wir brauchen Hilfe, richtig? Also, lasst uns die Zirkels, und wir helfen schon. Gut. Es ist kein Zeitpunkt für jemanden, mit der Schade-Lady hier. Wie schreien Sie? Ich bin nicht derjenige, der immer ständig schämt. Yurie-Bird? Koko? Hey, hey! Schraube etwas von dem Feuer für die Kampf. Ja, du kannst alle deine Grievenzungen an den Schaden geben. Genau. Genau. Du bist manchmal manchmal smart, Freund. Danke. Bin immer clever. Ich sage immer smarte Sachen. Hä? Oh, genau, genau. Bin immer schlau. Let's go with that. That doesn't help. Nicht wirklich. Ja. Aber es ist nicht so, Herr. Nein. Aber es ist das, Yuri. Es ist Zeit für das Ding. Du wißt du, das Ding, um uns gegrüßt zu machen, bevor wir rauskommen. Wir hatten den Abyss immer. Das ist immer noch in Abyss. Unsere Haus nicht mehr existiert. Aber wenn es bedeutet, dass wir endlich gehen können, dann sehr gut. Wir machen das, Wolfen. Oh, und du auch, Mark. Mal gucken. Die Truppen der Schurken werden gerettet. Die sind da in den ganzen Festungen verstreut. Welche geschlossen sind? Außer die eine. Schätz mal, wenn wir den da oben rechts retten, gehen dann die anderen auch. Genau. Okay, wir haben nur uns und die Silberwölfe. Ach ja, und wir haben Constance. Ja. Ist ja neu dazukommen. Sie hat Persönlichkeit wechseln. Erzeugt mit jedem Angriff eine kleine Menge Kugeln. Unerkennung von den Unterschieden werden bis zu sechs Kugeln aus Licht und Dunkelheit erzeugt. Drückt jetzt eher um die Kugeln abzufeuern. Also halt was ganz anderes als ihre Fähigkeit noch in Free Houses. Da war das ja so, je nachdem ob die Sonne schien oder nicht, hat sie unterschiedliche Werte dazu gekriegt. Ich glaube, wenn es hell war, wenn es Tag war, hat sie offensive Werte dazu gekriegt. Und halt wenn es bewölkt war oder indoor war, hat sie definitiv sie bewertet. So war das, glaube ich. Okay, wir können auch nicht mal die Einheiten wechseln. Das heißt, sie muss als Computer auch weiter rumlaufen. Naja, dann ist es eben so. Da gehen wir auch gleich mal hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Und ihr geht da hin. So. Und wir fangen hier schon mal ein bisschen Chaos zu sammeln. Was brauchen wir denn? Okay, wir haben 15 Minuten und wir brauchen 1500. Alles klar. Da kommen wir mal an. Und wie können wir das auch weg? Come on. Wie können wir das auch weg? Wir müssen ab und durchlaufen. Wir haben uns in der Welt gesagt, dass uns bedroht man die bounteuer und dann auf uns sagten, Ah, wir haben wahrscheinlich mich gesprochen. а Das ist ganz wunderschön. Ich glaube, das gibt uns einen ganz guten Vorsprung, was Chaos angeht. So, den haben wir. Die sind hier auch gleich fertig. Ich bin gleich. So. Gut, neue Befehle. Ach, da kommen wir noch nicht hin. Was ist denn Torpöne? Gut, da müssen wir ein bisschen umdisziplinieren. Dann geht ihr dahin. So, und du gehst nach da oben. Egal, ich kann's und geht nach oben, das soll ich vorteilen. So. Perfekt. Los geht's. Ich muss wiesen. Nicht gut. Oh, Mann. Pappi, kannst du dich mal um dein Monsterchen-Problem kümmern? Danke. Ja. Das sollte für Harpi kein Problem werden. Wir können uns in der Zwischenzeit hier weiter um die kümmern. Einfach immer weiter drauf kloppen. Einfach immer weiter drauf kloppen. So. Schläge. So. 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 Das soll ich nicht kriegen. Wir geben ihm mal kurz neue Befehle. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. So. Oh, wir können das andere Bollweg hier auch schon besetzen. Da mal los. So. Guck mal, wie wir uns irgendwie nichts leisten. Dann mal stehen hier. Also jetzt, wo sie ihre Fähigkeit ein bisschen aufgelabelt hat, geht das echt gut mit den Schilden. Und sein letztes Leben. Oh, voll daneben. Das können wir hier übertreffen. Ich hab ihn gleich. Noch ein bisschen. Gleich jetzt hat er da. Korrektur, jetzt ist er da. Und das, obwohl Harp hier ein bisschen unterlevelt ist. Geht's. Easy did. You're all right. Happy! Hey, you'll be real proud of me. I didn't sell you out of nothing. Wir sehen den Rauchball, kein Ding. Balthus ist hier gerade und Havi hat jetzt ja auch nichts mehr zu tun, die können wir auch wegschicken. So, auch unsere Festung. Da drücken wir hier mal ein bisschen rum. Da ist auch offen, perfekt. So, dann sehen wir mal, dass wir hier noch ein paar Chaos zusammenkriegen. Na, die Tausende haben wir schon fast sehr gut. Ich hab' aber weggeboxt. So. Da klingt was nicht, nur unsere Kasse. Oh, wow. Nicht gut. Oh, wir sollten vielleicht mal langsam aufbrechen und die Netze dazu retten, ne? Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich bin auf. No charge. Oh, does that mean you can stop it now? Das war cool. Das war schon. Da war ich mal nicht. Oh, das ist ja. Das ist dein Megabreiter. Du warst immer so Probleme wie das und das auch. Ja, und ich kann nur nur Entschuldigung, das sehr ständig, so, wenn es hilft, ich werde glücklich fortalte mein Leben. Es wird nicht. jetzt hurry up and do something about it already I'm afraid the magic my other side developed is experimental and sadly most experiments end up as disney failures oh you're a real overachiever aren't you stop the humble I didn't think I'd have to be more worried about friendly fire than the actual enemy then kümmern wir uns hier weiter um unsere chaos die noch einen langen Weg von okay, paar chaos hier ist doch, 300 wir sollten uns ein bisschen aufschreiben, wir sitzen gerade alle hier wir haben ja noch ein bisschen Zeit oh man, ich hatte keinen Sorgen da gibt's die auch im Tod oh wir müssen es eigentlich bald haben, die anderen machen ja auch noch was, wenn ja die gegen Ende sind hier aber auch immer kaum noch Gegner ne ich meine, hier sind ja auch noch ein paar, wenn wir den Anführer nicht öffnen, dass wir besiegen ich meine, hier sind ja auch noch ein paar, wenn wir den Anführer nicht öffnen, dass wir besiegen wo kriegen wir jetzt noch gegner her ist die frage wo kriegen wir jetzt doch gegner her ist die frage oh meinst, ich bin mir hier jetzt natürlich weiter durchzütteln Wir sind doch genug. Wir haben gleich genug. Ich hab das! Ich mach das jetzt nicht. Daher erwischen wir. Okay, die Antikirat ist nicht drin. Ein Moment, er ist da mit drin. Jetzt überlebt. Dann muss ich mir da ja keine Sorge machen. Ich werde auch kein Problem. Und noch ein paar Gegner. Leute. Ähm. Uns gehen hier die Gegner aus. Verteilen nicht mal das da. So. Oder warte. Jui, du gehst. Da. Und du gehst. Da. Du gehst. Haben wir noch einen Stützpunkt irgendwo? Nicht so aus. Sind das die letzten? Da ist noch einer. So. Boah. Wir sind halt keine 30 Gegner mehr. Und er ist so gut wie tot. Das müssen die anderen jetzt irgendwie regeln. noch sechs Gegner. Noch fünf. Ich glaub, ich hab ihn aus Versehen gerade erwischt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das könnte jetzt nicht reichen. Das könnte unglücklich enden. Es fehlen zwei Gegner. Na ja, dann mach ich die aufs Glück mal. Das ist auch kein Beinbruch. Hauptsache, wir haben sie erstmal. Mal. Nein. Mal. Das ist so, wie es es gemacht hat. Danke für die Hilfe. Dinge würden sich ziemlich schwer mit uns nur den vierten. Ich meine, wir haben diesen Mann, ab und 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 ab. Even your condemnation is far too kind. I was of no help whatsoever. Hey, everyone did what they could. And we all had a hand in the victory. Yeah, it worked out in the end, so look up. It was nice to blow off some steam at any rate. And I'm certain my other self was pleased to do more field tests with the new spell. Though at the expense of my complete and utter mortification. Well, I've so got my complaints. But I suppose I gained something from this too. Oh yeah? What's that? I went ahead and hired the folks we saved. I made it look like I was doing them a favor. And those in debt never seem to ask questions of their saviors. I've been feeling a bit shorthanded anyway, so it all worked out. You're always looking for an angle, Yuri. That's the one thing about you that never changes. True. What do you mean the one thing? What are you trying to say? What else changed? You know, the... Actually, you know what? Maybe I'm wrong. Oh, so now I haven't changed? Do you even know what you're saying? Or are words just falling out of your mouth faster than your brain can make them? Pretty much, yeah. Clearly, Bee hasn't changed either. Well, I have certainly changed. Alas. I have lost all of my hopes and dreams. Are you kidding? That is a hundred percent you. Shabby, I have one more tooth. You're one of us now. Whether you like it or not. That's all. Plus, I could use some help babysitting this lot. They call us the Abyssal Four. But now that we're five, we'll have to change that name. Psst. Constance. Did anyone ever call us that? It's hard to say. Sadly, my feeble memory has all but wasted away. We were probably called that. I mean, it's not like Yuri Bird to just make things up. Oder? Hey, what's with you guys? Do you want to be a part of this group or not? And here I was thinking we'd all go out and celebrate our victory. I guess it's just gonna be the two of us, friend. Uh, sure, I guess. Betten wir müssen gleich? No fair. It should at least be the three of us. Hey, if you're Pan, you know I'm in. Also, you're right. I think we were called the Abyssal Four at some point. Wherever you lead, dear Yuri, I shall follow. For I have no desires of my own. I will happily feast upon whatever meager Morsels you see fit to scatter before me. Enough yapping. Let's get out of here already. Super. Oh, wir haben ein neues Support-Gespräch. Und das können wir eben noch machen. Das geht ja relativ schnell. Sag dich, dass das schnell geht. Nun, der Ladebalken hat offensichtlich andere Ziele. Wieso? Wie kannst du das? Lade aber los. Das ist der einzige logische Kurs der Aktion. Entschuldigung, hast du sogar gehört? Nein. Das ist der einzige, dass du eine Haus Neuvel? Das war der Konversation. Klar, dass du nicht ein einzigen Wort hast. Ich habe gesagt. Eine neue Magik. Das ist der einzige, eine Unbekannte Sorcerer-Water. Das ist der Anwalt, dass meine Tränen eine Realität ist. Das ist der Anwalt. Ich habe entschieden, dass du eine der wichtigsten Test-Sobjekt für meine Forschung. Das ist der Anwalt. Nein, danke. Ja. 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 schon recht. So halt, wenn sie tagsüber trittet, ist sie halt in ihrer Dauer-Deprief verrasse. Also von daher. Da macht es Sinn, dass sie nur abends zu mir möchte. Oh Mann. Das waren alle, ne? Ne, werden wir. Gut, dann machen wir in der Stelle jetzt eine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ich würde wahrscheinlich die Mission nochmal am Off machen, dass wir den S rankriegen. Es ist halt echt ärgerlich, dass es bei dem paar Kills dann dran gescheitert ist. Oh gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir die andere Nebenmission. Ich hoffe, wir sind auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich immer mit einem Tschaui.